Jeehaa! Juhu! Da ist es! Ist das nicht wunderbar? So süß! Oh Gott! Vorsicht! In der Gruselhöhle gibt es ein Problem. Ihr kommt besser schnell Team Toolbox. Komm schon Torch, wir haben zu arbeiten. Hallo Team Toolbox! Es gibt einen Notfall in der Gruselhöhle. Krusty entdeckte ein goldenes, vierblättriges Kleeblatt hoch an der Wand und versuchte hochzuklettern, um es sich zu schnappen. Er will es so sehr haben, dass er sich selbst in Gefahr bringt. Er war so nah dran, sein Ziel zu erreichen, aber... Die Wand brach unter seinem Gewicht zusammen und jetzt hängt Krusty an einem sehr losen Stück Stein. Ihr müsst schnell sein, um Krusty vor einem bösen Sturz zu retten. Kommt so schnell wie möglich dorthin! Anima-Wood! Check! Anima-Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Ich kann es nicht erwarten zu landen! Was werden wir dieses Mal finden? Oh nein! Es steckt fest! Oh! Hilfe ist unterwegs! Wie komme ich da dran? Ich habe eine Idee! Wir schaffen das, Kumpel! Wir schaffen das, Kumpel! Ja! Ähm... Woah! Oh! Huhh! Wir waren vielleicht zu schnell, Kumpel. Ich glaube, wir brauchen dabei etwas Hilfe. Ich denke, das ist eine gute Idee, Johnny. Wie wäre es, wenn ihr Dampftrugs anruft, um zu helfen? Er ist immer so stark und mutig. Animabot aktiviert! Animapog, los! Hilf mir bitte hier raus! Lass uns dieses Anibakar retten! Komm schon, wir werden es hinbekommen! Okidoki! Lass uns konzentriert bleiben! Ich habe ein schlechtes Gefühl! Großartige Arbeit, Team Toolbox! Teamwork hat den Tag gerettet! Und ein bisschen Glück darf manchmal auch nicht fehlen! Es ist Spielzeit! Schauen wir uns das mal an! Guter Junge! Hast du das gehört? So cool! Großartig! Hahaha! Das ist so lustig! Niemals! Hi, Chihuahua! Hi! 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 Was für ein Abenteuer heute! Findest du nicht auch tot? Hi! Nichts ist unmöglich für Team Toolbox! Ja! Hi! Haha! Willst du ein Rennen packen? Haha! Ja! Los geht's! Oh! Hahahaha! Hahaha! Hopp, Skippido! Gep ist weg! Wir haben zu arbeiten. Danke, Kumpel. Torch, schnell, gehen wir. Komm, Torch, wir haben zu arbeiten. Hallo, ihr beiden. Wir haben ein Problem bei Martell Rock. Ihr beiden wisst ja, dass Tructle manchmal unüberliegt handelt. Tructle ist auf der Spitze von Martell Rock und schafft es nicht herunterzukommen. Und höchstwahrscheinlich hat er Höhenangst. Anima-Wood, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beilen wir uns. Ja! Los geht's! Wir müssen schneller werden. Es ist glitzig. Ich muss aufpassen. Hab keine Angst. Alles wird gut werden. Das sollte funktionieren. Anima-Tool gleich Super-Tool. Was soll ich noch bei dir? ? Was soll ich noch bei dir? Was soll ich noch bei dir? Das muss ich noch bei dir. Ich bin noch bei dir. Au, keine Sorge. Ups. Oh nein. Wow. Nein. Oh. Ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima Bot, aktiviert. Anima Bot, los. Anima Bot, los. Los, los, los! Der wird schneller werden! Schneller! Halte aus! Ich habe eine Idee! Teamarbeit ist die beste Arbeit! Lass uns konzentriert bleiben! Bleib locker! Große Arbeit! Thema weiß wie immer! Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Oh, Torch! Wir schaukeln! Willst du einen Rennen fahren? Ja! Ja! Los geht's! Es ist Spielzeit! Los, 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 los! Oh, ich war sicher, dass das funktionieren würde. Was? Hm? Niemals! Hol es! Torch! Vorsicht! Torch! Sommerhund! Hallo, Team Toolbox! Bereit für ein neues Abenteuer? Oh, das geht. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Komm, Torch, wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Es gibt einen Notfall bei der Scary Cave. Krusty war auf Erkundung, als er eine goldene Schraube auf einem schwimmenden Felsen fand. Du weißt, dass unser Freund ein wenig gierig sein kann, also fiel er direkt in die Falle. Als er die Schraube nahm, wurde Scary Cave wütend und schlug die Tür zu. Jetzt steckt Krusty auf einem schwimmenden Felsen in der Mitte der Lava fest. Und niemand kann hineinkommen, um ihn zu retten. Krusty braucht eure Hilfe. Schnell! Anima Wood, check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Nicht nach Abenteuer! Was ist das für ein Ort? Oh nein! Es steckt fest! Guter Junge! Was für eine harte Nuss! Das sollte funktionieren! Hä? Oh! Das war nicht so einfach! Lass uns neue Orte entdecken! Keine Sorge, großer Junge! Wir holen dich raus! Hm! Denkst du, was ich denke, Torch? Oh, Kumpel! Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Ich kenne das perfekte Anima-Card dafür! Johnny, hast du die gleiche Idee? Hä? Anima Watch aktiviert! Anima Watch aktiviert! Anima Watch! Anima Watch! Anima! Hallo, mein Freund. Danke, dass du den Anima-Call beantwortet hast. Lass uns dieses Anima-Kar retten. Ich habe eine Idee. Du schaffst das. Nutze deine Kraft. Unauffordbar. Das sollte funktionieren. Gute Arbeit. Das ist unglaublich. Ja, es ist sicher. Team Toolbox versagt nie. Ja, fahren macht so Spaß. Mach dich gefahren. Hey, Chihuahua. Los, 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 los. Opsi, doopsi. Team Toolbox. Aufbrach ausgeprägt. Los, 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 los. Los, Abbey. Johnny und Todd. Gemeinsam reparieren, Freunde für immer. Ich bin so glücklich. Mach dich gefasst. Lass uns einen neuen Trick probieren. Hey, Chihuahua. Danke, Kumpel. So cool. Komm schon, Torch. Wir haben zu arbeiten. Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Johnny, es gibt einen dringenden Notfall. Unsere Freunde Bill Dozer und Wheel Elephant haben große Angst vor dem ankommenden Sturm bekommen. Das Wiesengebiet wird richtig hektisch. Bill Dozer und Wheel Elephant fahren panisch überall herum und stoßen alles um. Sie fahren auch auf ein anderes Anima-Card zu. Das Tracto-Dye. Schau, er schläft und könnte verletzt werden. Du musst deine Sachen packen. Schnell und ihm helfen. Anima-Watch. Check. Anima-Tool kontrolliert. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beilen wir uns. Ja! Los geht's! Oh, der Sturm bringt mich außer Kontrolle. Fertigmachen zum Landen, Torch. Oh, wer will! Oh, der Sturm bringt mich aus. Oh, der Sturm bringt mich aus. Komm, lass es uns retten. Torch, Hilfe! Ah! Anima-Tool gleich Super-Tool. Wow, mir geht's gut. Hey, wo ist Torch? Torch! Warum funktioniert das nicht? Zeit, die Anima-Bot zu benutzen. Anima-Bot aktiviert! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Geh entlang! Hallo, mein Freund! Wir brauchen deine Hilfe! Halte aus! Los, los, los! Los, los! Je-ha! Du schaffst das! Fangen wir an! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! Das ist unglaublich! Schrag einen Torch! Danke, Kumpel! Na also! Es ist Spielzeit!